Heute zeige ich euch den Rücklichterumbau sequenziell für ein 2013er Mustang. Das Standlicht haben wir abgedämmt, das Bremslicht ist mit auf die Ringe rausgewandert, der Blinker schön in jede einzelne Kammer zu sehen, auf beiden Seiten natürlich. Dann haben wir die Nebelschlussleuchte mit in das Rücklicht integriert, dazu der Blinker, der schaltet die innere Kammer ab und die äußeren beiden sind nur noch als Blinker zu sehen. Der Rückwärtsgang ist auch noch original im Rücklicht drin, da schaltet die nächste Kammer mit ab und nur noch außen der Blinker funktioniert. Das gleiche dann natürlich auch mit Fahnenblinker und wenn dann der Rückwärtsgang und die Nebelschlussleuchte aus sind, dann sind alle drei an. Die Nebelschlussleuchte